Der Rocket Factory Augsburg verbrennt die erste Stufe auf dem Startpad und das nur kurz vor Erststart. Laut Insidern schwere Schäden an New Glenn Oberstufe von Blue Origin. Polaris Dawn Mission mit erstem privaten Weltraumausstieg startet diese Woche. Die SpaceX Starbase feiert richtfest des zweiten Start- und Fangturms für das Starship. NASA Entscheidung zur Starliner Rückkehr. Und das Andoya Space Board in Norwegen erhält Starterlaubnis für den Start der Spektrum-Rakete von ESA Aerospace. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Seelenkrieg Starter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich hätte mir für meine Geburtstagswoche gern die Nachricht von einem erfolgreichen Hotfire aller neuen Triebwerke der RFR-1 gewünscht. Es kam anders und mich erreichten zwar spektakuläre, aber leider traurige Bilder aus Sexeffort. Die erste Stufe der RFR-1, die wurde in einem Feuerball komplett zerstört. Nur fünf Tage nach diesem fatalen Test haben wir Videos und erste Analysen der RFA erhalten. Das war erst nach Redaktionsschluss, aber musste natürlich noch in die Seelenkrieg Starter Raumfahrt-News. Stefan Brieschenk, Chief Operating Officer der RFA, den ich auch hier schon im Interview hatte, verlinke ich euch unten, erklärte in einem Videostatement, was geplant war und was dann passiert ist. Bei dem Test am Montag, da sollte die erste Stufe mit allen neuen gestuften HEDX-Triebwerken gezündet werden. Beginnend mit einem zentralen Triebwerk und dann in zweier Gruppen jeweils die acht auf dem Außenkreis. Erreicht wurde das Befüllen der Stufe mit den Treibstoffen Kerosin und flüssigem Sauerstoff, das Herunterkühlen der Rakete sowie der Triebwerke und das Bedrücken der Tanks für das Feuern. Geplant war ein Test aller Triebwerke für eine Brenndauer von 35 Sekunden, der mit dem Verbrauch des Treibstoffes enden sollte. Hier vielleicht eine interessante Frage, warum so lange und ob der Schaden vielleicht nicht so gravierend gewesen wäre, wenn die Stufe nicht so vollbetankt gewesen wäre. Ja, wäre, wäre oder hätte, hätte Fahrradkette. Die Zündung von acht Triebwerken, die hatte geklappt. Eines der Triebwerke hatte aber laut Stefan eine sehr ungewöhnliche Anomalie. Aus den ersten Analysen, da würden sie auf ein Feuer der Sauerstoffpumpe schließen, das sehr schwer zu isolieren sei und sich dann auf andere Triebwerke ausbreitete. Die eingeleitete Notabschaltung, die reichte nicht aus, um den großen Schaden aus dem Sauerstofffeuer einzudämmen. Die Feuerlanze aus der Seite der Rakete, die deutet darauf hin, dass die Treibstoffleitungen stark beschädigt wurden und Kerosin aus Entlüftungsleitungen gedrückt wurde. Dadurch hat das Kerosin das Feuer immer weiter angefacht. Aus der Analyse der Überriste wisse man bereits, das Feuer hat sich zu einem Sauerstofffeuer entwickelt, was dann die Triebwerke komplett aufgefressen hat. Durch das Feuer, da wurde die Struktur der Stufe stark beschädigt, was dann zu einem Zusammenbrechen führte. Das CO2-Feuerlöscht-System und das Dereo-Zu-Wassersystem, das waren nicht ausreichend dimensioniert, um das Feuer zu kontrollieren. Stefan berichtet weiter, das Ganze sei zu einer sehr kritischen Zeit passiert, wo der erste Start bereits in den nächsten Wochen in greifbarer Nähe lag. Durch die Zerstörung wäre das nun nicht mehr möglich. Bei allem Unglück ist die Stufe zum Glück, muss man ja fast sagen, nicht in die schlechteste Richtung zusammengefallen. Der Startturm und wichtige Teile der Startinfrastruktur, die blieben verschont. Der Startplatz ist also weitgehend intakt, bis auf die Teile, die direkt an der Rakete befestigt waren, die müssen jetzt neu gebaut werden. Laut Stefan wurden die gestuften Helix-Triebwerke mehr als 100 Mal gefeuert und nie zuvor hätten sie so ein Sauerstofffeuer gesehen. Man ist sich ziemlich sicher, dass es kein Designfehler im Triebwerk ist, was ja sonst eine extrem lange Neuentwicklung und Zertifizierung nach sich ziehen würde. Trotzdem müssen viele Verbesserungen am Startturm und der Rakete vorgenommen werden. Stefan betont, dass dies die allererste Stufe war, die die RFA je gebaut hat. Man könnte fast schon sagen, das wäre das Engineering-Modell. Die nächste Erststufe, die ist bereits in der Fertigung und sie haben mehr als 100 Upgrades an dieser Stufe vorgenommen. Hauptsächlich betreffen diese Upgrades die Druckregulierung und die Treibstoffverteilung, was ihnen zukünftig helfen wird, die Rakete bei Triebwerksschäden sowohl im Flug als auch am Boden bei einem Feuer noch zu retten. Upgrades am Starttisch sollen sicherstellen, dass, sollte es nochmal zu so einem gravierenden Sauerstofffeuer kommen, wo ja eine Sauerstoffpumpe explodiert ist, nicht die gesamte Rakete gefährdet wird. Wir dürfen nicht vergessen, die zweite und dritte Stufe, sowie die Nutzlastverkleidung, die sind bereits getestet und in Sexerfahrt bereit für die Integration. Ja, um eine echte Raketenfirma zu werden, dafür muss die RFA Nutzlast in den Orbit bringen, das sagt auch so Stefan Brieschenk in dem Statement. Die RFA, die muss jetzt neue Triebwerke und die erste Stufe neu bauen, aber sie werden dann relativ schnell wieder bereit für den nächsten Start. Stefan wünscht uns allen, dass wir Freude beim Schauen des Filmmaterials der Anomalie haben und mit einem Augenzwinkern, es hat die RFA viel Geld gekostet, dieses Filmmaterial zu produzieren. Ja, wow, hier geht ein fettes Respekt an Stefan und die ganze RFA. Was für eine Offenheit und was für eine Energie, mit der sich Stefan so kurz nach einem derartigen Rückschlag wieder vor die Kamera setzt und uns mit möglichst einfachen Worten erklärt, was da schiefgelaufen ist. Hier können sich ganz viele große Firmen und Institutionen etwas abschneiden. So geht Pressarbeit 2024. Klar, dieser Rückschlag, der ist unfassbar schade. Zuspruch und Kopfhochwünsche gibt es viele, unter anderem von SpaceXer und Raptor-Ingenieur Philipp Hartung. Er hofft, die RFA, die werde aus dieser Anomalie gestärkt hervorgehen. Aber auch ISA Aerospace-Chef Daniel Metzler hofft, dass man die RFA sehr bald wieder auf dem Pad zieht. Auch von mir gibt es einen Kopfhoch und Kudos zu allem bisher Erreichten. Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Apropos ISA Aerospace. Auf der ILA in Berlin, da war ISA Aerospace-Chef Daniel Metzler sichtlich frustriert mit der Regulatorik für den Erststart der Spektrum-Rakete. Eine gute Nachricht gibt es jetzt aus Norwegen. Der norwegische Weltraumbahnhof Andoja Spaceport, der hat eine Genehmigung für den ersten Orbitalstart von ISA Aerospace erhalten. Am 22. August hat Andoja Spaceport bekannt gegeben, das norwegische Ministerium für Handel, Industrie und Fischerei habe eine Lizenz erteilt, die es erlaubt von Andoja bis zu 30 Starts pro Jahr durchzuführen. Am Polarkreis nicht ganz unwichtig, auch vier Starts während der Nachtstunden sollen möglich sein. Mit der erteilten Lizenz kann ISA Aerospace nun die abschließenden Tests ihrer Rakete einschließlich statischer Feuertests durchführen. Sollte alles nach Plan verlaufen, dann könnte ISA Aerospace noch in diesem Jahr den ersten Testflug starten. Die private Astronaut-Mission Polaris Dawn wird voraussichtlich am Dienstag starten. Wenn alles nach Plan läuft, wird es eine Mission für die Geschichtsbücher. Großes Highlight ist dann natürlich der erste kommerzielle Weltraumaufstieg mit einem privat entwickelten Raumanzug. Die vierköpfige Besatzung der Polaris Dawn-Mission traf am 19. August am Kennedy Space Center ein. Die sechstägige Mission wird die Crew in eine Höhe von bis zu 1400 Kilometer bringen. Damit wird diese Crew weiter von der Erde entfernt sein als alle Menschen seit Apollo 17 im Jahr 1972. Neben 40 Experimenten und dem Test von Laser-Kommunikationsverbindungen mit Starlink-Satelliten wird der Höhepunkt der Missionen aber natürlich der Weltraumaufstieg sein. Die EVA, Englisch für Extra Vehicular Activity, die wird die erste auf einer privaten Weltraummission und die erste EVA von einer SpaceX Crew Dragon sein. Zwei der vier Besatzungsmitglieder werden in den neuen Raumanzügen von SpaceX aus der Luke treten und Tests durchführen. Dieser Ausstieg, der ist für den dritten Flugtag geplant, wobei die Vorbereitung schon kurz nach dem Start beginnen soll. Die Crew wird ihre Anzüge am zweiten Flugtag bereits anziehen, um Mobilitätstests innerhalb der Kapsel durchzuführen. Während des Weltraumaufstiegs werden die Astronauten 15 bis 20 Minuten außerhalb der Kapsel verbringen. Jared Isaacman, der die Polaris-Mission finanziert und die Polaris-Dawn-Mission kommandiert, betont, wie wichtig es ist, so viel wie möglich über die Anzüge, die neuen Anzüge zu lernen, um zukünftige Entwicklungen zu verbessern. Jared Isaacman war bereits mit der ersten Reihen Lion-Crew Inspiration4 ins All geflogen, die er ebenfalls finanziert und kommandiert hatte. Die Polaris-Dawn-Mission ist Teil eines größeren Programms, das schließlich den ersten Crew-Start von SpaceX Starship zum Ziel hat. Ursprünglich war die Dawn-Mission für Ende 2022 geplant, wurde jedoch aufgrund technischer Herausforderungen insbesondere bei der Entwicklung der Raumanzüge und der Integration der Starlink-Technologie mehrfach verschoben. Ja, finanzielle Details zur Mission hat Jared nicht offen gelegt, aber bekannt gegeben, dass die Mission wie die Inspiration4-Mission im Jahr 2021 Spenden für das St. Jude's Children's Research Hospital sammeln wird. Für Inspiration4 gab es auch keine offizielle Zahl, welchen Preis SpaceX aufgerufen hat. Es sollen weniger als 200 Millionen Dollar gewesen sein. Der Polaris-Dawn-Start ist Stand 25. August Mitte Dienstag, 27. August 9.38 Uhr nach unserer Sommerzeit MESZ terminiert. Voraussichtlich am Sonntag, 1. August, soll die Crew Dragon Resilience dann mit der Crew vor der Küste Floridas Wasser. Meiner Meinung nach ein extrem wichtiger Start und eine hochspannende Mission für die Geschichtsbücher. Den Start werde ich natürlich livestreamen. Das Polaris-Programm hat wie gesagt auch den ersten Crewflug des Starships von SpaceX als Ziel. Zu einem möglichen Start Nummer 5 des Starships, da gibt es aktuell leider nichts Neues. Aktuell warten wir noch auf neue Termine für die öffentliche Anhörung zum neuen Umweltgutachten, für eine erweiterte Start- und vor allem Landeerlaubnis des Starships in Boca Chica. Was natürlich nicht heißt, dass sich in der Starbase in Sea-Texas nichts bewegt. Der zweite Turm steht. Am 21. August veröffentlichte SpaceX Fotos aus der Starbase, die den zweiten Start- und Phantom in voller Höhe zeigen. Es ist noch viel zu tun, bevor das zweite Pad einsatzbereit ist, aber das Turm riecht fest, das steht nun mal auf der Haben-Seite. Nicht nur von zwei Türmen, sondern auch von zwei Drachen bekamen wir diese Woche Bilder. Zu sehen die Crew Dragon Resilience für Polaris Dawn und Freedom für NASA Crew-9. An der ISS befindet sich zurzeit Endeavor und die vierte einsatzbereite Crew-Kapsel Endurance. Die soll dann für Fram 2 mit Rabia Rogue genutzt werden. Eine fünfte Crew-Kapsel will SpaceX nächstes Jahr in Dienst stellen. Apropos Fram 2, da ist eine Korrektur fällig. Ich hatte letzte Woche fälschlicherweise behauptet, die höchste Inklination bis Fram 2 sei von einer Space Shuttle Mission geflogen worden. Das war so nicht korrekt. Valentina Tereshkova ist 1963 mit Vostok 6 eine Inklination von 65 Grad zum Äquator geflogen. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollten wir mehr zur Rückkehr des Boeing Starliners wissen. Am Samstag, 24.08. wird bei der NASA der Flight Readiness Review stattfinden. Das Flight Readiness Review, das es auch vor Starts gibt, das ist das Gremium der NASA, in dem formell Einwände vorgebracht und verhandelt werden. Falls während des Reviews keine einstimmige Entscheidung zur Flugsicherheit getroffen wird, könnte die finale Entscheidung bis zu NASA-Administrator Bill Nelson weitergegeben werden. Sollte der Starliner ohne Crew zur Erde zurückkehren müssen, würde die nächste Crew-Draging-Mission der NASA mit nur zwei Astronauten starten. Laut Eric Berger wären dies dann Zenne Cartman als Kommandantin und der russische Kosmonaut Alexander Grubonow als Pilot von Crew 9. Butch Wilmer und Sonita Williams, die würden dann regulär Teil der Langzeitbesatzung werden und erst im Frühjahr 2025 zur Erde zurückkehren. Der Boeing Starliner ist ja bekanntermaßen mit einer ULA Atlas V gestartet. Seit etwa einem Jahr, da brodelt die Gerüchteküche zu einer möglichen Übernahme des Startanbieters. Bisher hochgehandelter Kandidat, Blue Origin, nun soll nach unbestätigten Gerüchten Sierra Space Interesse an dem Startanbieter gezeigt haben. ULA ist ein Joint Venture, der Startsparten von Boeing und Lockheed Martin. Sierra Space, das baut mit dem Dream Chaser an einem Raumflugzeug für den Frachttransport. Da nach Mitarbeiterzahl ähnlich groß wie ULA, hatte ich die Firma nicht auf dem Bieterzettel. Was an den Gerüchten dran ist, das wird die Zukunft zeigen. Rückkehr von Astronauten, heikles Thema nach Columbia, besonders natürlich auch für die NASA. Bei der Artemis I-Testmission Ende 2022, da kehrte eine Orion-Kapsel ohne Crew vom Mond zurück. Während die Mission insgesamt erfolgreich war, gab es Probleme mit dem Hitzeschild. Teile des Hitzeschilds, die waren während des Wiedereintritts unerwartet abgesplittert, was sichtbar zu Löchern führte. Die NASA hat daraufhin interne und unabhängige Untersuchungen eingeleitet, um die Ursache dieses Problems zu ermitteln. Die Untersuchung ist immer noch nicht abgeschlossen und es ist immer noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen worden, wie jetzt das weitere Vorgehen aussieht. In etwa einem Jahr, da soll eigentlich Artemis II das erste Mal mit Crew fliegen. Es wird noch analysiert, ob Änderungen an der Wiedereintrittsflugbahn vorgenommen oder der Hitzeschild selbst modifiziert werden muss. Letzteres würde sehr wahrscheinlich eine Teildemontage der Orion-Kapsel erfordern. An einen Start Ende 2025 ist dann wohl kaum zu denken. Das European Service Modul für Orion für Artemis II, das ist schon lange im Kennedy Space Center. Das wurde ganz in meiner Nähe in Bremen gebaut. Das ESM III, das ich im Rheinraum noch in Bau besuchen konnte, ist nun auch auf dem Weg ins Kennedy Space Center. Ich habe mir nicht nehmen lassen, dem ESM für die erste Mondlandung seit Apollo Sitze noch einmal Tschüss zu sagen. Am Donnerstag ging es auf das Ariane 6-Transportschiff Canopy und diese ist nun unterwegs nach Florida zum Kennedy Space Center. Ich hatte letzte Woche über den Besuchen des Everyday Astronauten Tim Dodd im Kennedy Space Center berichtet. Genauer über seine Fabrikführung mit Jeff Bezos in der New Glenn Produktion. Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich hatte fälschlicherweise behauptet, nur die zentralen drei Triebwerke der New Glenn, die werden schubvektor gesteuert. Tatsächlich sind die sieben Triebwerke der New Glenn in einem Sechseck angeordnet. Das mittlere und zwei Triebwerke auf dem Außenkreis, die sind schwenkbar. Die restlichen vier Triebwerke auf dem Außenkreis dagegen nicht. Ich bitte meinen Fehler zu entschuldigen. Wegen des doofen Fehlers, da habe ich mir die Stelle über die Triebwerksfektion der New Glenn noch einmal angesehen. Vielleicht auch interessant, die erste Stufe von New Glenn, die ist in der Lage eine Zeit lang zu schweben, ähnlich wie New Shepard. Die Landungen, die werden also dann vermutlich anfangs deutlich weniger halsbrecherisch aussehen als bei der Falcon 9. Ich würde erwarten, dass mit der Zeit das Landeprofil aggressiver wird, weil das halsbrecherische Landen in letzter Minute sehr viel Treibstoff spart, was dann direkt zu mehr Nutzlast führt. Das legt auch ein Post von Blue Origin am 23. August nahe. Dort ist der Erststart für den 13. Oktober terminiert. Spätestens nach dem Video von Tim Dodd war ich sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung bei Blue Origin angeht. Diese Woche gab es dann einen Dämpfer. Wie Bloomberg berichtet, die sich auf Insider berufen, wurden zwei Oberstufen der New Glenn erheblich beschädigt. Der Schaden an einer Oberstufe, der soll durch einen Test entstanden sein, ein weiterer durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters. Bei den Oberstufen oder Teilen davon, da soll es sich um Flug 2 und 3 Hardware handeln. Es besteht also Hoffnung, dass die Beschädigung erst einmal keine Auswirkungen auf den Erstflug haben wird. In dem Interview mit Tim Dodd sagte Jeff Bezos, dass sie die Bauweise der zweiten Stufe nach dem ersten Flug ändern und zu einer kostengünstigeren Struktur übergehen, die keine Orthogrid, also Orthogitterstruktur hat. Das strukturelle Versagen bei einem Test muss also nicht zwangsläufig auf den Flug 1 Auswirkungen haben. Nicht ganz unwichtig, der New Glenn Erstflug soll ja auch ein Mars-Transferfenster bekommen. Zwei kleine Satelliten, die von Rocket Lab für die NASA-Mission zum Mars gebaut wurden, sind in Florida eingetroffen und sollen im Herbst dann mit dem Erstflug der New Glenn von Blue Origin gestartet werden. Die beiden Satelliten, genannt Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, kurz ESCAPATE, sollen die Interaktion des Sondenwindes mit der Mars-Magnetosphäre untersuchen. Rocket Lab wird jetzt in den nächsten Wochen die beiden Sonden auf den Start vorbereiten. Fun fact, obwohl Rocket Lab ja bekanntermaßen eigene Triebwerke baut und betreibt, nutzen die ESCAPATE-Sonden Triebwerke der Ariane Group. Sollte die New Glenn nicht bereit sein, müsste ESCAPATE 26 Monate auf das nächste Mars-Transferfenster warten. Startfenster, das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag hat SpaceX von Cape Canaveral eine Ladung Starlings gestartet. Am Donnerstag, 22. August, ist von Wingcheng eine lange Marsch 7a gestartet. An Bord war ein Kommunikationssatellit für den geostationären Orbit. Und am Samstag eine Ladung Starlings von Wendenburg. Gute Nachrichten übrigens vom ersten Freiburger Satelliten Ernst. Nach seinem Start mit Transporter 11 ist er gut im Orbit angekommen und das Fraunhofer EMI hat mit der Inbetriebnahme des Satelliten begonnen. Glückwünsche und Grüße gehen raus nach Freiburg. War immer wieder Thema hier das japanische AstroScale, das aktuell mit der Inspektion einer ausgebrannten H2-Oberstufe von sich reden gemacht hat. AstroScale hat jetzt nach diesem Erfolg einen Vertrag mit der japanischen Weltraumbehörde Yaksa für eine Mission zur Entfernung dieser Oberstufe aus der Erdumlaufbahn abgeschlossen. Der Vertrag für die Mission Atras J2, der hat einen Wert von knapp 74 Millionen Euro. Atras J2 soll die H2-Oberstufe einfangen und sicher zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bringen. Der Start von Atras J2, der ist für 2028 geplant. Die deutsche Firma Mineric, die kämpft mit Produktionsproblemen. Mineric ist ein wichtiger Lieferant von Laser-Kommunikationsterminals für die US Space Development Agency. Diese Terminals sind entscheidend für die Kommunikation zwischen den Satelliten, die die US Space Development Agency für die Kommunikation und Raketendetektion nutzen möchte. SpaceNews.com berichtet, dass Mineric die Herausforderung der Massenproduktion der optischen Terminals unterschätzt hat. Mineric hat seine Umsatzprognose für 2024 drastisch gesenkt und erklärt, dass Produktionsengpässe und höhere Kosten die Lieferung der Terminals verzögern. Mineric hatte ich ja auch kurz nach der Einweihung der neuen Produktionshalle in Gilching besucht. Super schade, dass der Produktionshochlauf offensichtlich nicht planmäßig verlief. Planmäßig laufen aktuell die Vorbereitungen für das indische Crew-Programm. Wie der Leiter der indischen Raumfahrt Dr. Sommer nach dieser Woche mitgeteilt hat, sind alle Teile der Rakete für den ersten Flug noch ohne Crew bereit für die Integration. Das Crew-Modul und das Service-Modul, das werden folgen und sollen dann im November integriert werden. Der Testflug ist dann für Dezember geplant. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch alle ein großes, großes Dankeschön. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche werde ich definitiv Livestream Polaris Dawn mit SpaceX Crew Dragon auf Falcon 9. Aktuell für Dienstag, 27. August geplant. Startzeit wäre 9.38 Uhr morgens nach unserer deutschen Sommerzeit. Am Mittwoch, 28. August, Startplatz direkt gegenüber Slick 40 in der Cape Canaveral Space Force Station, gestartet werden Starlings. Am Donnerstag, 29. August, wird das chinesische Galactic Energy seine Zeres einstarten. An Bord befindet sich eine mir nicht bekannte Nutzlast. Den Wochenabschluss macht am Donnerstag, 29. August, voraussichtlich SpaceX von Wendeburg aus. An Bord der Falcon 9 befindet sich der geheime Enroll 113-Satellit für das Pentagon. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrig bleiben. Dein Mo. ESM Nummer 3 erfolgreich verladen. Das tritt jetzt mit der Canopée die Reise über den großen Teich in die USA an. Und dann Artemis 3, also wirklich die Rückkehr des Menschen wieder zum Mond. Wir freuen uns natürlich unheimlich drauf. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit der Zukunft der Raumfahrt. Bis bald. Immer schön senkrig bleiben. Euer Mo. Bis bald.